Ich wollte halt auch mal was leichtes haben, ja? Nicht immer dieses ganze schwere Zeug. Ja, eine Minute 28 haben wir gebraucht. Also für eine Minute 28.800, das ist schon ein ganz guter Lohn, ne? Ich glaube, ich muss mal mit meinem Chef reden. Das war's. Ach, vielleicht muss ich doch mit meinem Chef reden. So, jetzt gehen wir aber wieder zurück. Das war der Auftritt Der Ratterlaus Rüstung. Ein sehr kurzer Auftritt. Aber das war er. Der Diabolos wird wahrscheinlich genauso aussehen wie die Diabolos Rüstung in Schwarz. Deswegen, die wird wahrscheinlich gar kein Auftritt bekommen. Aber Farben möchte sie trotzdem. So. Es ist soweit, Leute. Wir essen. Da-da. So, und es passiert etwas, was ich vor langer Zeit nicht gedacht hatte, dass es passiert. Wir nehmen die letzte 7 Sterne Quest an, die zwischen uns und dem Nergiganten steht. Aber wir tun es. Es ist nicht mehr viel, es ist die letzte Quest, wie gesagt, zwischen uns und dem Nergiganten. Jetzt gar nicht mehr mal gespannt. Ich glaube nicht, dass das schon das Finale ist, um ehrlich zu sein. Also wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit nur Nebenquests gemacht. Ich schätze, wir sind bei der Story so bei der Hälfte sind. Nein, ich weiß nicht, wie viel da noch kommt. Also ich schätze, wir sind irgendwie so bei 3 Viertel oder so. Also realistisch gesehen, geschätzt sind wir so bei 3 Viertel, schätze ich. Also, ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Und danach kommt ja dann noch die Story von Iceborne, also von dem DLC, was wir ja auch spielen werden. Vollständig. Wie ja dieses Spiel auch. Also das ist noch... Und das ist, glaube ich, auch kein kleiner DLC, wenn ich das mitbekommen habe. Wenn ich das mitbekommen habe, richtig. Okay. Oh, okay. Kommt denn da nur noch Story oder... Das weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, was mich in dem Spiel noch erwartet. Also, weil das sind alles so Monster, jetzt zum Beispiel der Azurin Rathalos, der Dodogama, der Schwarze Diabolos, der Uagan, der... Und was auch immer ich da alles noch erjagt habe mit euch jetzt, ne. Ähm, das waren alles optionale Monster. Also das waren alles Monster, die für die Story rein theoretisch nicht gejagt werden müssen. Aber ich hab's halt trotzdem getan. Ähm... Also man hätte diese Monster rein theoretisch für die Story nicht. Ich weiß halt nicht, inwiefern es dann später... Äh... Noch weitere... Alles klar, die Kratzer sind zwar da, aber ist egal. Ähm... Noch weitere optionale Monster gibt. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist meine Einschätzung mit 75% der Story auch komplett falsch und es sind nur noch 10 oder es ist das Finale. Ich... Lass mich da selber so ein bisschen überraschen. Ähm... Aber ich glaub halt auch, dass der DLC nicht klein ist, der ja... Den wir ja auch spielen und ich glaub allein deswegen... Wird dieses Projekt... Du wirst noch sehr oft hören, wie ich esse, glaub ich. Und ich werd das auch hören und ich mag die Musik auch sehr beim Essen. Hi. Ja, ich weiß, du bist anders drauf, ne? Ich hab was vergessen. Ich muss weg. Tschüss. 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 Ich würd so einmal anhauen und dann... Ich muss weg. Habe den Herd angelassen. Ähm... Ich möchte ihn natürlich so lang, wie ich ihn noch fangen kann, möchte ich ihn natürlich fangen, weil... dass es einfach mehr Belohnungen gibt. Also dann bekommt man einfach mehr Ressourcen. Ach... Auch gut, so einmal hauen und sofort wieder weglaufen. So, jetzt aber. Okay, ich muss anders denken bei ihm. Das merk ich jetzt schon. Das wird nicht klappen, wenn ich einfach so mache, wie eben... Er fordert eine andere Taktik, weil er seine Reichweite... Weil er ist... Ich könnte... Man könnte sagen, es ist ein Ram-Viva, weil... Also so, äh... Rambock. Und ich muss halt erstmal wieder darauf klarkommen, dass Ramböcke ja ihre Reichweite ganz gerne mal nutzen. Um einen halt wegzurammen, ne? Also so, ich würde mich nicht genau machen... Das war's für heute. Also ich muss ehrlich sagen Er kämpft sich halt genau wie der Diabolus Also es ist halt Ja er ist stärker, das merkt man auch Aber letzten Endes Ich habe mir Aufgrund des Azur Einen Rathalos Und so Habe ich mir zugegebenermaßen mehr erhofft Als Bin tot Weil Julia die natürlich auch Über mich platziert Und nicht mir gibt Bist du ein Spaß gemacht Ja Nein, Julian kann da nicht viel für Aber das ist schon wieder so ein Kampf Ich kann mich nicht bewegen Ich werde getroffen Ich sterbe So Ja, dann lass mich halt Julian kann da ja nichts für Ich schiebe das nochmal gerne auf den Aber er hat's doch verdient Soll er mich halt nicht sterben lassen So, weißt du Ich denke, er heilt mich Und dann packt das über mich Hätte ich Gewusst, dass er mich nicht heilt Ich hätte doch anders reagiert Ich hätte doch was ganz anderes gemacht Ich weiß Ich mag ihn eigentlich auch, ne Du weißt, ich meine das gar nicht So wie ich das sage Ach, und jetzt haut der Feine her Ab hier, oder was Ich hoffe, ich mache meinen Pailant Rings nach hier Ich wollte gerade sagen, ich mische mich ja nur ungern ein in das, was ihr da macht, aber macht mal ruhig. Na, leider der falsche gebunden, weil ich weiß, dass da beide gewinnen können. Also, dein eine Sorn habe ich schon mal weg. Ja, der wäre echt auch sauer. Wow! Ach so, Spiel. Okay. Ich wollte sagen, wenn er mich jetzt getötet hätte, das hätte ich auch nicht eingesehen, ne? Weil er hat mich einfach, ich habe mich einfach vor ihm teleportiert. Aber das ist ja alles gut. Lass mich in Ruhe. Ich bin fast vor dich gedasht. Aber guck mal Julian, das hat es zum Beispiel sehr gut gemacht. Ne, das habe ich halt nicht so gut gemacht, aber... Aber die Attacke mag ich auch nicht, ne? Weil bei ihm weiß man nicht, ob er... Ich glaube, das ist gar nicht wahr. Ja, ich glaube, es ist ne... Ich glaube... Ich glaube, Schwarzer Diabolos war ne Sie, kann das sein? Ähm... Ich glaube, das ist ne Sie. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ich meine, Schwarzer Diabolos müsste weibliche Form des Diabolos sein. Ähm... Wenn ich das im Kopf habe... Wenn ich das richtig im Kopf habe... Ich glaube, ich habe das richtig im Kopf. So, ich sage das jetzt einfach... Ich lege das jetzt einfach fest. Ich lege einfach fest, dass das so ist. Und hoffe, dass ich mich nicht irre. Das ist ja meine letzte Begrüßung. Ich habe doch gleich mit der Scheißattacke hier. Ich lege das jetzt einfach fest. Natürlich. Wenn mich natürlich beide angreifen, kann ich da auch sehr viel noch dran ändern, ne? Äh... Ich wusste nicht mal, dass der andere da ist. Aber gut, da haben sie gut zusammengearbeitet. Das muss man ihnen lassen. Ich habe was bekommen. Na, okay. Immerhin. Seltenes Material bekommen. Wie immer. Die seltenen Sachen bekomme ich. Und die Forschungsstufe haben wir irgendwie. Das ist auch gut. Dann haben wir den nämlich auch maximaler Forschung. Das ist mal ohne Kram. Ich habe den anderen nicht mal gesehen. Wo ist der auf einmal hergekommen? Der war halt einfach da. Das ist auch egal. Das ist auch egal. Das ist immer in Forschung. Das hat sich gelohnt. Wo der jetzt trotzdem herkommt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es ist auch egal. Ne, das Missgendern von Monstern, das wäre schon echt sehr doof. Vielleicht war er deshalb so sauer, der andere. Weil er dachte ich meinte die ganze Zeit ihn, aber ich meinte ihn ja gar nicht. Man weiß es nicht so, ne? Aber hätte ich den anderen gesehen, wäre es wahrscheinlich auch so ausgegangen. Aber ist egal. Optionalig fest. Wir sind ja immer noch bei den optionalen Sachen. So, let's go. Bekanntermaßen sind alle guten Dinge ganz viele. Wir machen jetzt halt dann den auch ganz oft. Ja, ich bin zwar kein Fan davon, dass ich jetzt hier schon wieder vor dir stehe. Also das fand ich jetzt, ich finde manchmal, finde ich sind die Hitboxen von seinen Attacken. Schwa-Schweif. Ja, okay, gut, da stand ich jetzt vor ihm. Das war ein bisschen sehr doof. Hm. Aber jetzt gerade, also davor, die Hitbox von seinem Schwa-Schweif. Habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Hm. Ja. 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 So, gute UCLA! Ja. 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 das war's, ich bin tot ich wusste es, er ich wusste, ich kann mich nicht schnell genug mehr bewegen dass ich tot bin ich wusste es vorher ich wusste es ja ich wusste es ja Ich wusste es ja ich wusste es ja